hallo so ich habe momentan extreme probleme mit meinem computer ich weiß nicht was phase ist das ist so komisch aussieht liegt daran dass wir keine shader gerade drin haben das liegt an folgender sache ich würde gerne die shader reinmachen aber irgendwie funktioniert das scheinbar gerade mit dem bad line klein nicht weiß jetzt nicht ob das stimmt oder nicht ich habe mich nicht mehr informiert wenn ich ehrlich bin so ich habe auf jeden fall ein bisschen dias gefarmt ich habe mir dann natürlich auch wie man es glaube ich auch gesehen hat noch eine noch eine rüstung fertig gemacht das heißt wie we are prepared we're fucking prepared so das ding ist ich mir vorstelle dass wir vielleicht mal ins nether gehen ich weiß es ist eine gewagte 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 sache aber ich denke ich denke wir brauchen so stand da komme ich nicht drum herum und ich brauche blazing rods und all möglichen cleverer dutch das ist wichtig aber das portal hier ich bin ehrlich ich müsste mich halt ewig weit durchbauen ja vielleicht machen wir das auch einfach doch was aufgeschissen war ich mache das einfach ich baue mich im nether dahin wo ich hin muss jetzt mal ganz kurz gucken du hast immer noch das mending für 36 tacken hast du eigentlich noch irgendwas du willst immer noch okay genau okay hier kann ich jetzt erstmal nichts machen klar ich könnte jetzt ein bisschen die noch hochfarmen habe ich noch bücher warte mal habe ich noch bücher brauche ich denn ich habe sieben bücher ich habe ein bücher regal ja war eine sehr laute lache 11 bücher haben war 11 plus oh gott okay stimmt ich war ja holzfarm ich habe vor einige tage her seitdem ich mich aufgenommen habe weil wegen der computer probleme und minecraft hat nicht mehr gestartet gar nicht mehr deswegen habe ich jetzt den den badline client weil das vorhin war ich über den normalen launcher drin das ging ja da ging halt gar nichts mehr oder da war alles ende hat mich auch ziemlich 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 genervt ich glaube ich saß zwei stunden dran versuchen das zu fixen aber ups versuch mal den microsoft store zu reinstallen oder so da macht er nämlich genau gar nichts und zwar diesen okay irgendwie heute den mut angetrunken sagte man kann so was habe ich jetzt gemacht was war das wo kam das okay das möchte ich nie wieder drücken ich weiß nicht was das war man kann zwar auf reset drücken aber da passiert genau gar nichts also es ist ja hätte ich mir auch alles sparen können ja und dann war die letzte chance der badline client da muss ich erstmal alles zurücksetzen dann musste ich meine passwörter zurücksetzen dann musste ich mein konto noch weil das hier ist ein mojang konto noch gewesen ich weiß gar nicht wie das ich das hätte eigentlich gar nicht mehr funktionieren dürfen irgendwie glaube ich ja da muss ich dann irgendwie den code noch anfordern und hier und rum und 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 sowieso und man könnte sagen ich hatte einen scheiß tag so weg das brauche ich für den netter das auch das auch das behalten war das war jetzt nehmen wir kurz damit für unsere küche ich glaube ich habe nämlich gar kein leder mehr auf jeden fall ein paar platten machen ja macht's miteinander los 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 ihr bleibt heute nichts trocken also da ihr seid ganz schön verfressen du auch noch hier kommen immer schön rauf auf die modi immer schön rauf auf die modi wer will noch du noch du 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 da war noch eine okay einer von euch stört auf jeden fall okay zwei ne bleib hier bleibst du hier einer die da war es oh elf ne vier leder okay 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 ich weiß ich müsste das eigentlich noch ein bisschen laufen lassen hier ne aber acht leder neun 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 scheiße okay jetzt müssen wir aufhören weil sonst äh haben wir dann unseren stall auch wieder gehabt ne so hä bin ich doof what is he doing so rum ah dann können wir genau sechs stück machen das ist halt immer noch nicht viel ne hm naja gut besser wie nix ne ich weiß gar nicht mehr wie viele brauche ich 15 ne ja was habe ich denn jetzt schon wiedergekommen also hilfe der bad line client der mach mich fertig wie war denn das jetzt nochmal ja 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 das sieht gut aus hä wie viele was für eine verzauberung kriegen wir jetzt hier ok hm ja da müssen wir noch ein paar hin warte mal ich hab noch ein bisschen äh paar paper ich hab hier noch ein bisschen paper für dich äh ja hier komm paper haben wir noch ne haben wir noch nicht mehr was war es schon wieder hm es waren einfach nur drei stück ne das kannst du ja halt schon wieder der hat keinem für dich sondern wieder spawn so zack 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 15 steaks wir gehen auf jeden fall in die hölle hm nehm 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 lassen. I guess du bleibst mal hier. Der Bogen, der ist halt irgendwie... Nee. Gold haben wir. Hacken haben wir genug. Okay. Ich glaube, ich habe alles, was ich brauche. Ich würde sagen, ich probiere es nochmal in der Hölle. Die Frage ist, konnte man Fichtentüren in der Lava nochmal platzieren? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ging das? Ging das, dass es das verdrängt? Probier es lieber nicht. Ich probiere es nicht. Lass es lieber sein. Wirklich. Okay, dann würde ich sagen, Essen, trinken, Extra kauen, Eimerchen haben wir hier. Ja. Ich versuche es nochmal im Netter. Da muss auf jeden Fall einer von den Bäumen weg. Das sieht ganz, ganz weird aus. Ganz, ganz weird. Ich bin froh, dass wenigstens Minecraft wieder funktioniert. Das hätte mich, das hätte mich schon ziemlich genervt. Weil momentan, bin ich ehrlich, Minecraft ist so richtig schön mein Ausgleich. Zu allem. Ich kann so entspannen bei dem Game wieder. Das erinnert so richtig an 2000... Boah. 11? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist schon so lange her. Das, äh... Die Suchtzeiten von Minecraft. Das... Das war wild. Das war wirklich wild. Okay, der Abstieg ist heavy, ne? Warte mal, wir können ja eigentlich hier auch rennen, ne? Gott sei Dank habe ich mittlerweile hier Stufen. Sonst würde es dir übel einen an der Klatsche bekommen. So, jetzt haben wir hier... Halt! Da ist mein Eingang. Das Höllenportal. Ne, gut. Von nichts kommt nichts. Ich hab... Oh, nein. Okay. Stell ich mich dieses Mal auch so doof an. Okay, Lava. Das ist dieser Warped Forest. Da hat es auf jeden Fall viele Endermense. Ich würde tatsächlich versuchen... Das letzte Mal hat mich hier nämlich ein Gäst genervt. Da... Da konnte ich nicht weg von hier. Eine Sache möchte ich kurz machen. Bevor... Ich weiß nämlich nicht, ob... Ich glaube, ein Gäst kann mir nämlich mein Portal zerfetzen. Da bin ich mir jetzt gerade nicht so ganz sicher. Ja. Genau. Magma-Blöcke möchte ich auch so viele mitnehmen, wie es nur geht. Die möchte ich nämlich irgendwo mal farmen, weil ich möchte irgendwo mal eine... eine... Pigman-Farm, glaube ich, war das. Möchte ich mal eine bauen. Und da brauchen wir unmenschlich viel von dem Scheiß. Ich brauche auf jeden Fall viele Baublöcke zum darüberkommen. Ich brauche auf jeden Fall... Soul Sand. Okay. Jetzt bin ich gerade selber von mir überrascht, wie schnell ich reagiert habe. Wild? Hätte ich auch nicht gedacht. Kann das... Oh. Roll the dice und mal nicht nehmen. Kann das sein, dass... das Lava in der Hölle schneller fließt? Kann das sein? Ich bin mir nämlich... Also, das wirkt für mich so. Oh, Alter. Äh. Ja. Ja. Ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass das hier schneller fließt. Oder ich habe irgendwie... Ich bin bescheuert. Abenteuer Hölle. Ja. Das ist ja wieder so eine Sache für sich hier mit mir. Okay. 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 Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gleich ein Problem hier haben werde. Ich weiß nicht, wieso. Das... Das Biom heißt... Basalt Delta, glaube ich, ne? Ich habe mir überlegt, damals so, wo ich angefangen habe mit... Mit ne Krift. Da gab es noch nicht mal nen Nether. Und jetzt... Hier gibt es so viele Biome, die kenne ich gar nicht. Okay. Okay, da kommt schon ein Nether-Rack. Ich brauche halt einfach Baublöcke. Ein Stack wird mir nicht reichen. Das sage ich, wie es ist. Ich brauche auf jeden Fall... Ja, keine Ahnung. Wie viel brauche ich zum darüber kommen? Als erstes machen wir mal den hier schnell. Weil da weiß ich halt nicht, ob wir... Achso, okay. Du hast also eine Kollision. Okay. Wusste ich nicht. Wusste ich nicht. Wusste ich nicht. Wusste ich nicht. Aber ich habe keinen Bock, dass mir da irgendwie so ein Scheiß-Gast das ganze Ding zerfetzt. Bin ich early. Das ist irgendwie so ruhig. Das ist, glaube ich, zu ruhig. I guess. Okay, ich glaube, eine gute Option wäre, wenn ich da... Okay. Wenn ich hier rübergehe. Oh, hi. Wer bist denn du? Oh, was ist denn hier? Da ist Glowstone? Ja, I guess. Ich denke, das ist... Ja, das ist, glaube ich, meine beste Option. In dieses Warped Forest gehen. Ich glaube, alles andere ist kacki. Oh, die letzten zwei Steinchen gesetzt. Jetzt müssen wir aufpassen. Rechts von mir ist Lava. Das höre ich jetzt schon. Ich habe keinen Bock, hier gleich den Allgäuer zu machen. Das muss echt nicht sein. Da drüben sind schon Endermense. Und hier haben wir wieder einen Lavasee. Ich bin sehr vorsichtig im Nether, weil ich bin ehrlich, in den Stream-Welten bin ich immer im Nether draufgegangen. Immer. Warum brauche ich eigentlich Soulcent? Meine Aufzüge und so. Was möchte ich? Ja, das möchte ich einfach haben. Ich möchte einen Stronghold haben für hier Rots. Gibt es hier Pigments im Warped Forest? Ich weiß es nicht. Wenn ich das mit dem Roll the Dice mache, müsste ich eigentlich mehr rausbekommen, right? Ich denke mal. So, was haben wir denn da? Da ist... Was ist denn das da unten? Okay, ich habe doch eigentlich... Ich habe doch eigentlich Optifine drauf. Wieso kann ich nicht ranzoomen? Das ist doch vorhin extra gebeindet. Magma Creme wäre vielleicht gar nicht so schlecht, weil davon kriegt man ja, glaube ich, Fire Rest Potions, ne? Ich kann ja ruhig mal in eine Lava reinböllern. Dann... Dann zerfetzt es mich vielleicht nicht direkt. Das wäre vielleicht ganz gut. Was ist denn eigentlich das da? Alter, der Enderman da, Alter, der... Der hat aber auch irgendwie ein Mitteilungsbedürfnis. Kann das sein? Ah, furchtbar. Okay. Hier gehen wir weiter, würde ich sagen, ne? Also einfach hier... Die Soundkulisse im Nether ist halt echt cool. Unangenehm, aber cool. Ich möchte meine Welt hier un... un... unheimlich ungern verlieren. Ich hab die echt lieb gewonnen, muss ich ehrlich sagen. Das macht so viel Spaß. Dieses Hardcore-Spielen, ne? Also dieses Vorsichtige, das ist... Nicht gedacht, dass es mich so... Bro, gut, hab ich Shift gedrückt. Ich hätte nicht gedacht, dass es mich so hart nimmt. Und dass ich so... Paranoid vorgehe. Wie gesagt, bei Royal Funk geguckt und immer mir so gedacht, so... Mach doch da jetzt mal nicht so ein Auge. Ist doch alles okay. Also ich mag den Playstyle von Funk, aber... Da dachte ich mir so, wieso spielst du so langsam? Die Erkenntnis kam. Es ist mir halt schon ärgerlich, alles wieder zu verlieren, ne? Gerade nach so vielen Stunden, die ich jetzt da reingestopft hab schon in die Welt. Ich hab zwar noch nichts erreicht. Aber... Ich hab schon schön gebaut. Das ist schon mal... Das ist schon mal was. Hä? Kommen wir dann vielleicht auch mal da oben irgendwann mal wieder raus oder so? Ah! Ja, man muss sich immer erst beschweren. Und dann geht's. Wohofft Forest? Ja, mal ganz kurz. Ich muss kurz ein Päuschen machen, wo ich muss mir was zu trinken holen. Dafür baue ich mich lieber ein. Weiter geht's. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Richtung ist hier mit dem Warped Forest, aber... Ist hier vielleicht irgendwas, was mich interessieren könnte? Genau. Ich glaube, ich mach hier kurz ein Luscher. Geh mal hier kurz so ein Stück rüber und dann, wenn da halt nichts ist, dann mach ich halt wieder, da mach ich halt wieder einen Abgang. Ich glaube aber, hier ist nix. Da ist Gold. Das können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Hier ist halt irgendwie absolut gar nix, ne? Also das ist irgendwie... Hier ist Glowstone. Das ist schon mal nicht schlecht. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Hätte ich eigentlich mal mit Glück abbauen können. nicht voll hält. Müsste hier dann eigentlich gehen, ne? So, das Gold machen wir auf jeden Fall mit der Glückhacke weg. Okay, aber ansonsten haben wir hier... Oh, da ist noch ein Riesen... Ich hab kein Boot. Und ich hab kein Holz dabei. Na super. Ich hab keinen Bock auf nen... nen Ändermöhn. Warte mal, ist das... Kann man das hier als normales Holz benutzen? Ich weiß es nicht. Hab ich noch nie gemacht. was ist das denn? Was ist denn das? Ähm... Kann ich das als Holz benutzen? Nee, oder? Warte mal. Drei, drei. Nee. Was ist das für ein Material? Was soll ich mit dem an... Hä? Wirbretter? Oh mein fucking Gott. Das geht? Hä? Ähm... Okay. Buttons gehen, aber ein Boot geht nicht. Platten, Slaps, Trapdoors. Wieso geht das Boot nicht? Hä? Okay, das ist interessant. Also ein Boot kann ich nicht herstellen mit den... Was war das? Oh, ich fühl mich absolut unwohl hier, ne? Ist das... Nee. Halt dein Maul. Ich bin... Hier ist ein Stronghold. Was? Warte mal. Wo bin ich denn jetzt hergekommen? Warte mal. Von dort. Warte, 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 warte. Wie geil ist denn das, bitte? Wie geil ist denn das, bitte? Das hat... Alter, das hat einfach ein Stronghold. Genau das, was ich gesucht habe. Wäre ich hier nicht rausgegangen, hätte ich das gar nicht gesehen. Wie gut ist das, Alter? Ich freue mir gerade einen Keks. Ohne Scheiß. Jawohl, das bedeutet... Aber wieso habe ich den Erfolg noch nicht? Oder habe ich den bekommen und habe ihn nicht gesehen? das hier ist doch eins... Ja, ja, eine Festung. Eine schreckliche Festung sogar. Uh, uh. Jetzt wird es aber... nicht so gut, ich glaube, nicht so gut, ich glaube. Wie lange hält denn das Wither? Das steht hier... Achso. Oh, das hält aber nicht arg lange, ja? Okay. Ja, dann muss ich echt mal gucken, wie ich mir gegen die... Okay, die tun mir schon mal nichts. Okay, Wither-Skelette, mhm. Okay. Na, ich bin sehr, sehr vorsichtig, weil... Das ist halt alles relativ neu für mich, ne? Das Lava, das ist schon mal nicht so geil. Hier war noch mal ein Wither-Skelett gerade irgendwo. Ich weiß aber nicht, wo genau. Ich close hier gerne alles. Ich verstehe, ich verstehe mittlerweile Royal Funk. No joke. Ich verstehe ihn. Warte mal, darf ich das abbauen, ohne dass hier alles eskaliert? Ja, okay. Oh, We're just glad. Okay, okay, okay. Das ist ja schon mal entspannt. Das ist ja schon mal entspannt. Das ist ja noch... Alter, wie viele sind denn hier? Das ist ja absolut krank. Wie viele sind denn hier, bitte? Alter, das ist ja noch eins. Das ist ja schon mal geil. Was haben wir denn hier alles? Gendleere haben wir hier. Okay, das sind einfach Riesengänge, aber ich höre hier oben, entweder ist das Lava oder das ist ja so so ein Bläsending. Blaze-Spawner wäre halt schon sexy, ne? Was ist denn das? Ich glaube, das gehört so nicht. Warte mal, wenn ich jetzt hier... Okay, ne, Moment. Ja, warte mal, ich brauche eh ein paar Baublöcke. Ich habe nämlich gar keine mehr. So. Oh, kriege ich von dir Magma-Creme ein, lieber? Ja, kriege ich. Nice. Geil. My Potion ist gesichert. Okay. Schauen wir mal weiter. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Fortress nicht das ist, was ich will, weil ich glaube... Oh. Hello, motherfucker. Dankeschön. Ich glaube, hier ist kein Spawner. Ich sehe jetzt auf jeden Fall nirgendwo eine Blaze. Vielleicht ist es ja in der Richtung. Schauen wir mal. Ich merke nur, dass hier extrem viele Skelette rumrennen. Hm. Ah, das sieht, das sieht, das sieht... Warum ist es denn da so dunkel eigentlich da drüben? Hm. Sieht nicht gut aus für mich. Ich glaube, Blazes werden wir hier keine finden. Wow. Hä? Normale Skelette? Irgendwas verpasst. Ist das normal? Okay, wild. Ähm... Von da hinten kommen wir. Hier können wir noch runter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, drei Stück sind wir dann noch ein bisschen zu heavy. Hä? Hä? Lass den auch gerne endlich mal sterben, ne? Aber du hast ja kein Problem mit mir, Bruder, oder? Wie viele von den Scheiß-Skeletten waren das denn jetzt bitte? Ah, pass auf. Damit ich hier meine Markierung habe. Hier rechts sind wir entlang gelaufen. Und nachher müssen dann die Fackeln auf der linken Seite sein, wenn ich äh, retour laufe. Ja. Ja. Okay, die... Hä? Oh mein Gott. IQ Level 500. ETF. Ich wurde vom... Ich wurde vom MPC getrollt. Ich wurde einfach vom MPC hops genommen. Das ist dieser... Das ist dieser Noob-Filter, von dem alle reden. Letztes Mal da oben runter ge-eatet. Du bist drei hoch. Oh, wow. Okay. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ne? Oh, Gold. Geil. Ähm. Also das vor mir Spawn... Jungs, bin ich nicht so begeistert von. Das ist nur gedroppt. Kohle. Okay. Warte mal. Rechte Seite. Okay. Basalt Delta. Aha. Aha. Da hinten geht's nicht mehr weiter. Ja, okay. Das war's. Ich bin gerade not amused. Bin ich ehrlich. Hm. Ich hätte schon gefühlt, wenn wir Spawner gehabt hätten, ne? Sehr enttäuschend gerade. Hier vielleicht noch. Ach, du Scheiße. Hä? Oh. Ich glaube ja, ich habe ein Fortress ohne Spawner erwischt. Kann das sein? Sieht ganz so aus, ne? Sehr, sehr schade tatsächlicherweise. Hm. Ja, hätten wir besser treffen können. Oh, warte mal. Hier vorne geht's noch weiter. Warte mal. Hier nochmal so rechts wackeln. Oh! Ähm. Okay, das war sehr, sehr buggy gerade. Ähm. Ähm. Oh mein Gott, du mieses, ekelhaftes Stück Scheiße. Oh mein Gott, du mieses, ekelhaftes Stück Scheiße. Oh, da ist der Spawner, okay. Da ist der Spawner. Oh mein Gott, ich brauche ein paar Blöcke. War ein bisschen mies. So. Und das Gold nehmen wir natürlicherweise auch mit hier. Was ist denn los, Alter? Klare Sache. Oh mein Gott, ich bin gerade so happy. Endlich ein Blaze-Spawner, äh, hier ein Blaze-Spawner. Nice. Ich hätte es fast aufgegeben gerade. So, den Rest werde ich mir aber dann nachher holen. Ich baue mich erst nochmal ein hier auf entspannt und auf sicher. Ja. 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 Ja.